...16... ...16 ist der erste... ...3,2,9... ...einer anderen Landfeier ist... ...einer 8,9... ...einer aller... ...und das so selten, dass denn nicht... ...68... ...ne... ...was für uns wahrscheinlich... ...gröse Preisen... Der Kunde ist hoch und fast 2,5 Kilometer sind. Das riecht auch hier unten in der Ecke. So, was ist 2,5 Kilometer? Denkst du doch nicht, wenn man in Ostkabett die Kinnlade runterfällt. Das hieß hier, wir haben Hockenburg, natürlich. Wenn ich die Kinnlade runterfällt, da kommt man selbst. Das ist super großartig. Wir haben hier einfach mal den Ausdeck gewissen, aber das hat die großen Mikrofon neu gelassen. Das sind die alten, die wir gewinnen haben, wo die Haube abgenommen haben. Was ist denn gerade da draußen? Gerade da draußen. Wo? Mitten November. Da bist du wie Glühvon. Schau mal da. Ja, da hat er mitgezogen und vor den Fingern eingekommen. Hauptsache, das steht immer trotzdem. Ja, da musst du doch fahren. Ungefallen noch nicht. Ja. 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 Das war ja. 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 Hier ist man ein bisschen ruhig großartig, weil die Autobahn braucht es nicht. So, ja. 35 Reserven. Alles, was am Reifen da war, war eine Mittelung. Strip. Dann dahin. Wir haben da einen ganzen Tag hochgeschüttet. Das war richtig gut. Das war stark, ne? Super. Einige Fingerschränke. Einige Fingerschränke. Einige Fingerschränke, ja. Einige Fingerschränke. Einige Fingerschränke. Einige Fingerschränke. Das ist nicht so glücklich, aber wenn er da mal richtig in Druck gibt, ja? Geil, richtig geil. Wir ziehen uns da rein, wenn wir mal da hochreden. Ja, aber das halten wir mal fest und nicht so. Oh, hier, Christian. Wir haben wirklich sehr guter Freund. Ich würde natürlich eine Zusage machen, nicht nur fest. Ich komme gleich hier lieb in den Kiel. Ich würde mich überfassen, aber nicht einfach. Hier. Na, wo ist das mal ganz gut? Der hat erstmal andere Strecke da jetzt gut. Ich kenne das Schalsi gar nicht. Ich muss nicht aber das komplett reinpacken. Ich geh ja jetzt noch rein. Hier, dass merkt man. Hier noch in zehn Sekunden. Das Coralli-Din denn jetzt so? Den anderen? Erstmal Coralli. Ich würde später eine Kanala haben. Wenn du mehr Lage kurz abbeserven bist, willst du mühe, machst du fest. Und sobald du mal eben ein bisschen Versatzteil brauchst, bist du dann schon mal kleiner.